Hallo, ich bin Serkan Erwin und wir helfen vor Ort. Und das ist der Mann, der diesen schönen Satz sagt. Serkan heute bei mir. Ich freue mich sehr, dass wir uns treffen. Wir sind im Kursaal in Bad Cannstatt. Warum wir hier sind, verraten wir noch und warum du eigentlich gerade total fix und fertig bist mit der Welt. Das verraten wir ganz am Ende der Sendung. Erst mal möchte ich dich fragen, wenn ich dir jetzt fünf Euro geben würde, was würdest du damit machen? Ich glaube, ich würde mir ein kühles Bier kaufen. Ehrlich? Dann würde ich mich vor den Fernseher setzen. Ich hätte jetzt erwartet, du sagst, ich würde es spenden. Ja, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren so viel gespendet, die fünf Euro gönne ich mir. Du hast eine Hilfsorganisation ins Leben gerufen, STELP. Ihr helft vor Ort. Wem helft ihr denn? Wenn ein Kind friert, sollst was zu decken bekommen. Wenn ein Kind Hunger hat, sollst du was zu essen bekommen. Es geht einfach darum, dass dem Kind die Grundbedürfnisse gedeckt haben soll. Was war das Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, ich muss auf dieser Erde was tun? Vor allen Dingen für Kinder. Es ging am Anfang darum, dass ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Es ging mir einfach schlecht, dass ich gedacht habe, ja, irgendwas muss ich tun. Es kann nicht sein, dass ich so viel Glück in meinem Leben hatte und dass es mir immer so gut ging und es mir eigentlich nie an irgendwas gefehlt hat und ich mich darauf ausruhe. Und ja, diesen Gedanken hatte ich vor ca. dreieinhalb Jahren, als ich auf der Couch saß und irgendwelche Bilder in der Tagesschau gesehen habe, die nicht angenehm zu sehen waren. Einfach da waren Kinder, die an einem Bahnhof saßen und gefroren haben. Ja, da bin ich in meiner Naivität aufgestanden, haben einen Schrank gelaufen und dachte, okay, ich habe ein paar alte Decken und Jacken, die packe ich jetzt in meinen kleinen Wagen und fahre die nach Slowenien. Und in dem Moment, wo ich dann diese Tasche gepackt habe, hat tatsächlich mich ein guter Freund angerufen, der dann gemeint hat, okay, Jacken, völlig für den Arsch die Nummer. Wir ziehen das Ganze ein bisschen größer auf. Wir mieten uns einen Splinter und fragen einfach Freunde und Familie. Und ja, und so hat sich das dann entwickelt. Wie sich das entwickelt hat und wo ihr heute steht von einem kleinen Transporter bis heute, darüber sprechen wir gleich. Wir schalten vorher ganz kurz meinen ersten Beitrag und sind gleich wieder da. Kino in der Kirche. Gibt's nicht? Doch gibt's. Und zwar mitten in Stuttgart in der Markuskirche, jetzt am kommenden Sonntag. Und es ist ein ganz besonderes Kino mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Und was passieren wird, da gebe ich Ihnen jetzt schon mal einen kleinen Einblick. Genauer gesagt findet das Orgelkino statt. Das heißt, es wird ein Stummfilm gezeigt mit 35 Millimeter großen Filmrollen und dazu wird Live-Orgelmusik gespielt. Und für diese beeindruckende musikalische Untermalung sorgt dieser junge Organist. Bei Vorbereitung zu solchen Veranstaltungen habe ich ganz, ganz, ganz oft den Film angeschaut. Und ich würde nicht lügen, wenn ich sage, dass ich den Film wirklich auswendig kenne. Jutta Schöllhammer organisiert jetzt schon zum zehnten Mal das Orgelkino in der Markuskirche. Am Sonntag zeigen wir den Film Varieté. Es ist ein Stummfilm aus dem Jahr 1924. Der Regisseur ist ein Herr Dupont. Es ist beileibe kein Franzose, sondern ein Sachse. Und der Name sagt es ja schon fast den Inhalt des Filmes Varieté. Es handelt im Berliner Wintergarten. Da wurde er auch gedreht. An solchen Abenden ist hier immer viel los. Ca. 900 Menschen passen in die Markuskirche. Das Besondere finde ich ja, wenn man hier sitzt, auf den Kirchenbänken so sitzt. Ich lümmel mich hier so richtig hin. Das ist irre bequem hier bei Ihnen in der Kirche. Ja, so in zwei Stunden Filmen ist kein Problem hier durchzuhalten. Gibt's auch Popcorn. Oh, es gibt auf jeden Fall in der Pause was zu essen. Und zwar immer was Besonderes. Popcorn habe ich noch nicht gesehen hier. Ja, meine lieben Damen und Herren, das ist Jörg Eckstein in der Trockenübung. Weil du bist eigentlich der Mann mit dem 35 Millimeter Filmprojektor und solltest den hier heute in die Kirche bringen. Was ist passiert? Warum ist er nicht da? Unser Auto hat die Grätsche gemacht und will nicht anspringen. Deswegen ist der Projektor im Auto und ich habe hier einen Phantomprojektor, den ich bedienen muss. Beschreib den mal, wie sieht das Ding aus, wenn man am Sonntag hier in die Kirche kommt? Es ist ein italienischer, tragbarer 35 Millimeter Projektor von Veronese. Wiegt seine 40 Kilo und ist sehr schön orange-grün. Es kommen zwei große Filmrollen obendrauf und vorne läuft das Band durch die ganze Apparatur durch, vor der Maske vorbei, vor der Flügelfände vorbei und von hinten strahlt Licht durch den Film und projiziert das auf die Leinwand. So hat das vor 120 Jahren funktioniert, so funktioniert es heute. Ja und wenn wir schon bei Ihrer Vorstellungskraft sind, bleiben wir dabei. Hier müssen Sie sich vorstellen, vor dem Altar steht diese riesengroße Leinwand, auf der der Stummfilm produziert wird. Und ich sage Ihnen, am Sonntag wird definitiv nichts schief gehen, weil da haben wir ja immerhin Gottes Beistand. Und wir sind zurück mit Serkan. Er hat die Hilfsorganisation Steps, Supporter on Site gegründet. Du hast damals mit dem Transporter, hast du uns erzählt, angefangen, Decken rein, los ging es. Wo bist du heute immer noch bei deinem Transporter an den Decken? Und mittlerweile ist es dann wirklich von Projekt zu Projekt zu einer internationalen Hilfsorganisation geworden. Wenn du dann vor Ort bist, hast du irgendein Erlebnis mit irgendeinem Kind, was du mir mal erzählen kannst, wo du sagst, da habe ich echt Gänsehaut bekommen? Boah, da gibt es unzählige. Aber an welches denkst du gerade jetzt als allererstes? Also an die Philippinen zum Beispiel. Als ich zum ersten Mal auf dieser Müllhalde war, da versorgen wir Kinder, die auf einer Müllhalde leben, die sich vom Abfall ernähren. Und es ging fünf Minuten, da war ich an diesem Ort und habe ein kleines, sechs, siebenjähriges Mädchen gesehen, die wirklich völlig auf sich allein gestellt war. Und aus einer alten Fischkonserve, die wirklich schon verschimmelt war. die Reste, die Reste gegessen hat. Also es war, ja, dann war ich schön. Wenn du solche Eindrücke mit nach Hause nimmst. Ich frage mich, wie kommt man dann hier in diesem Konsumalltag überhaupt noch zurecht? Also ich weiß, als ich von meinem ersten Einsatz zurückkam, habe ich mich zwischen Schlossplatz und ein kleiner Schlossplatz an diese große Treppe gesetzt in Stuttgart. Und es war Samstagmittag und ich habe diese ganzen Leute gesehen mit ihren Einkaufstüten. Und es war für mich ein Gefühl, als ob das wirklich auf zwei verschiedenen Planeten passiert ist. Ich meine, das sind zweieinhalb Stunden Flugzeit entfernt. Es ist total verrückt. Umso mehr ich es so höre, umso mehr denke ich so Chapeau. Wir quatschen gleich noch weiter und klären mal auf, warum wir im Kursaal sind, was du hier vorhast und warum du eigentlich seit ein paar Wochen schlaflose Nächte hast. Das alles gleich nach der Werbung, als wir dranbleiben. So, Serkan, jetzt klären wir mal auf. Kursaal haben wir gesagt. Du bist fix und fertig mit den Nerven, haben wir ganz am Anfang gesagt. Und der Grund ist, du hast die erste Spendengala für deine Organisation ins Leben gerufen. Und das ist eine Wahnsinnsaufgabe, gell? Wir haben ja keine Erfahrung damit. Also es ist eine Spendengala, die vollkommen von Ehrenamtlichen auf die Bühne gestellt wird. Da ist keine Eventagentur oder sonstiges im Hintergrund, die da irgendwie die Arbeiten übernimmt. Nee, wir haben alle keinen Plan. Von A bis Z mussten wir uns in dem letzten Jahr alles beibringen. Und das ist der Grund, warum ich ziemlich müde bin aktuell. Und bald geht's los und Chris, wenn du mit der Kamera mal schwenkst. Das ist ja wirklich ein unglaublich schöner Saal hier, der Chursaal in Bad Cannstatt. Du hast wahnsinnige Prominenz an den Start gebracht. Wolfgang Job kommt. Bernd Mailänder wird da sein. Max Herre wird singen. Unglaublich. Philipp Poisell wird singen. Wolfgang Job wird ein selbst gemaltes Porträt versteigern. Vom Meistbietenden und für den Meistbietenden. Ja, es wird ein Wahnsinnsabend. Man muss ja wirklich sagen, vom Besteck bis zur Serviette, bis über die Reinigung der Sachen, bis zum Blumen gesteckt, das spenden euch alles die Menschen in der Region. Wir haben das Ganze mit null Budget gestartet. Wahnsinn. Also wirklich mit keinem einzigen Euro, den wir hierfür ausgeben. 100.000 Euro sind das Ziel, an dem Abend zusammen zu bekommen. Und wenn Sie sagen, ich möchte da mit dabei sein und wie ich diese Veranstaltung mit unterstützen kann und mit dabei sein kann, das verraten wir Ihnen gleich. Vorher schalten wir ins Sparda-Welt-Event-Center. Hast du uns schon mal gehört von der Veranstaltungs-Location? Ja, ja. Warst du schon mal da? Ich selbst noch nicht, aber ich hab davon gehört. Ja, solltest du mal hingehen. Wir finden immer sehr, sehr coole Veranstaltungen statt. Und wir waren wieder da und haben zwei ganz großartige Frauen getroffen. Hallo. Und herzlich willkommen hier in Stuttgart. Hoi. Tolles Publikum. Sehst du? Cool. Wow. Sind wir freiwillig da oder haben wir das Geschenk gekriegt? Nach nur zehn Sekunden der erste Lacher. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal versprechen, es wird nicht der letzte sein. Sie sind ihre Männer und ihre Frauen mit ihnen mit ihnen. Kurz vor ihrem Auftritt durften wir diese zwei Power-Ladies persönlich treffen. Hallo. Wir sind dui da und de Sel. Also dui da ist die Petra und de Sel ist die Doris. Ganz einfach. Die Eui und die Ender. Und jetzt kennt ihr uns. Jetzt dürfen wir mal so ein bisschen gucken, wo wir uns da in der Sparda-Welt aufhalten. Da gefällt es uns richtig gut. Jetzt gucken wir mal Backstage, was da so abgeht. Jetzt haben wir gerade noch Praline gekriegt. Das ist ja ganz toll. Die beiden Kabarettistinnen lassen es sich nicht nehmen, jeden, der an diesem Abend mitarbeitet, persönlich zu begrüßen und zu küssen. Ja, und dann wird noch mal geküsst. Und noch mal. Und dann treffen wir auf die Familie. Mein Bruder dazugucken mit seiner Freundin. Das ist mein Dieter. Und während die zwei schon mal hinter der Bühne verschwinden, schnappe ich mir noch mal kurz den Mann und den Bruder, um kurz mit denen zu plaudern. Ja, keine Sorge, wir treffen die zwei natürlich gleich wieder. Wie ist es so, dabei zu sein und die eigene Frau auf der Bühne zu erleben? Die Witze über einen macht. Ja, das ist manchmal schwierig, weil ich die Witze vorher nicht kenne. Das sind ja Witze, eigentlich gar keine Witze, sondern Storys, die das Leben schreibt. Und da bin ich manchmal selber überrascht, was sie so alles an mir findet oder an mir schlecht findet, gut findet, wie auch immer. Und als Kind, du bist ja ihr Bruder, war sie schon immer so witzig und so frech und so powermäßig, wie sie wirkt? Ich musste als Bruder viel leiden, ja. Ja, und jetzt schnell zurück zu Petra und Doris. Und in diesem Räumchen richten wir uns, ziehen wir uns um, halten wir uns auf, machen doch alles, was zu machen ist. Der letzte Feinschliff. Wir sind ja jetzt wirklich kurz vorm Auftritt. Seid ihr wirklich so tiefenentspannt? Das ist ja gar keine Nervosität. Also nach außen hin, aber innerlich sieht es schon ein bisschen anders aus. Ich finde das Licht hier drin so schön. Ich werde jetzt nervös. Das Licht ist so schlimm hier drin. Bitte, bitte macht das Licht aus oder lass uns woanders hingehen. Ja, unabhängig. Seit 18 Jahren stehen die beiden Frohnaturen zusammen auf der Bühne. In diesen Jahren ist eine enge Freundschaft entstanden. Und hier haben wir jetzt die Aufgabe, dass wir unsere Bühne jetzt für das heutige Programm hinrichten. Wir spielen ja vier unterschiedliche Programme. Und jedes hat ja ein bisschen andere Utensilien. Aber eines haben alle Programme gemeinsam. Sie sorgen dafür, dass man wirklich eine gute Zeit hat und einen Abend mit sehr, sehr viel Lachen verbringt. Weil wir haben nichts an die Haare herbeigezogen. Bei uns geht es einfach, wie es bei jedem daheim zugeht. Mann, Kinder, was alles passiert. Ganz arg viele Leute gehen heim mit dem Wissen, Mensch, bei der ist es genauso wie bei uns. Jetzt geht es gleich los. Das heißt, wir zwei ziehen uns jetzt zurück. Wir gehen ein bisschen pudern, Nägelpudern und ein bisschen Lippelstift auftragen. Und uns ein bisschen vorbereiten mental auf den Auftritt heute. Weil demnächst gehen die Türen auf und dann kommen ziemlich viele Leute, weil wir haben ausverkauft. Bis später. Bis später. Das ist doch ein blödes Geschwätz, oder? 5000 persönliche Freunde, wenn man das so vorstellt. Facebook. Stell dir mal vor, Doris, auf dich kommt jemand wildfremdes zu und zeigt dir immer wieder mal ein Bildchen von seinem Hamster. Was? Und er erzählt dir den ganzen Tag, was er zum Essen gemacht hat oder was er noch trinkt. Dann denkst du doch, der hat einen an den Klatschen, oder? Was? Oder andersrum, stell du dich mal zu fremden Leuten an, die du nicht kennst, die sich gerade unterhalten. Und dann stupfst du immer wieder einen an und sagst, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Und von der coolen Veranstaltung im Sparda-Welt-Eventcenter kommen wir zu deiner coolen Veranstaltung. Und du hast ein großes Privileg, lieber Sergan, heute. Normalerweise endet meine Sendung mit zwei Veranstaltungstipps. Einen gibst du, einen gib ich und die sind unterschiedlich. Heute sind es die gleichen. Wo sollte man unbedingt hingehen, lieber Sergan? Da müsste ich jetzt mal überlegen. Also ich würde sagen, am 26. Januar findet die Spendengala bzw. das Event des Jahres statt in Stuttgart. Es gibt gar nicht mehr so viele Tickets, muss man dazu sagen, also muss man schnell sein. Also es wird super exklusiv, gleichzeitig sehr entspannt und locker. Ja, und mein Tipp ist, am 26. sollten Sie unbedingt in den Kursaal kommen. Da findet die erste Step Spendengala statt. Das ist echt ein Knaller. Wir werden natürlich mit PULS auch vor Ort sein und ganz exklusiv den ganzen Abend darüber berichten. Und vielen, vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass das alles so weitergeht und noch mehr expandiert. Vielen Dank. Dankeschön. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Tschüss.